Ich habe euch wieder ein Logikrätsel mitgebracht und ja, schauen wir mal, im antiken Griechenland sitzen drei Philosophen zusammen, nämlich, das ist Plato, das ist Sokrates und das ist Aristoteles. So, von oben, okay? Man sieht sie von oben und die gucken sich alle drei an. Die Nasen hier, die gucken sich alle drei an. Die sehen sich alle drei gegenseitig. Die sagen nichts, die gucken sich einfach an. Jetzt kommt eine Taube und kackt allen dreien auf den Kopf. Okay? Ihr kackt allen dreien auf den Kopf. So, jeder von denen sieht es bei den anderen, bemerkt es aber nicht bei sich selbst. Natürlich fangen alle drei an zu lachen. Alle drei fangen an zu lachen über die anderen. Plötzlich hört Plato auf zu lachen. Warum? Wudi wie froh. Er hat verstanden, dass er auch bemalt ist. Genau. Plato hat wohl gecheckt, dass auch bei ihm auf den Kopf gekackt wurde. Aber warum? Wie hat er das gecheckt? Er sieht es nicht bei sich? Er spürt es nicht bei sich. Er sieht die Reaktion der anderen. Genau. Er sieht die Reaktion der anderen. Genau. Alle lachen, ne? Er sieht die anderen. Naja, warum die beiden anderen lachen? Ja gut, aber passt doch mal auf. Es könnte doch Aristoteles über Sokrates lachen und Sokrates über Aristoteles. Also nur, weil die beiden anderen lachen, heißt es doch nicht, dass er was auf dem Kopf haben muss, oder? Oder doch? Die können sich ja gegenseitig auslachen. Aber er sieht doch, dass die anderen was auf dem Kopf haben. Alle haben was auf dem Kopf. Alle fangen zur gleichen Zeit an zu lachen. Genau. Ja. Aristoteles lacht über Sokrates, Sokrates über Aristoteles und Plato über die beiden. Das bedeutet nicht, dass Plato was auf dem Kopf haben muss. Genau. Oxy. Es ist natürlich so, dass alle jeweils die anderen beiden auslachen. Aber aus Sicht von Plato könnte es ja sein, dass Aristoteles über Sokrates lacht und Sokrates über Aristoteles. Und dann muss er ja nicht zwangsläufig was auf dem Kopf haben. Trotzdem hört er auf zu lachen, weil er checkt aus dem Verhalten von allen, dass er auch Kacke auf dem Kopf haben muss. Aber wieso? Alle haben freie Sicht aufeinander. Genau. Jeder sieht die anderen beiden. Ja, genau. Die Frage ist also, woher Plato weiß, dass nicht nur Aristoteles und Sokrates sich gegenseitig auslachen, sondern auch ihn. Warum? Genau. Das ist die richtige Frage, Marius. Er hat selbst gelacht. Ja, klar. Weil er natürlich Aristoteles und Sokrates gesehen hat. Wenn nur einer Kacke auf dem Kopf hat, lachen nur zwei. Na ja, klar. Aber aus Sicht von Plato haben ja zwei Kacke auf dem Kopf. Ich liebe dieses Rätsel. Man kommt nicht sofort drauf. Aber es ist auch sehr mathematisch. Vielleicht hat er als einziger realisiert, dass alle Kacke auf dem Kopf haben und die anderen noch nicht. Ja, aber wieso realisiert er, dass alle Kacke auf dem Kopf haben? Wieso? Er sieht die anderen lachen und die können sich doch gegenseitig auslachen. In fünf Minuten gebe ich euch einen Tipp. Ah, du meinst, Linda hat ein Wahrscheinlichkeitsargument. Wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass dann einer verschwunden bleibt? Ja, nee. Es geht nicht in Wahrscheinlichkeit. Harte Logik. Nee, Yoshi. Genau, du brauchst Wahrscheinlichkeit, ne? Nee, nee. Ah, so ein Marv hat's wahrscheinlich. Cool. Behalts noch mal ein bisschen für dich, Marv. Behalts noch mal ein bisschen für dich. Warum, Little Miss Chaos Queen, hätten sie aufgehört zu lachen? Wie Snickers. Wenn wir Zweierpaare bilden, müssen immer mindestens einen aus diesem Paar Kacke auf dem Kopf haben. Sehr schön, ja. Es ist nicht so lustig, wenn nur einer Kacke auf dem Kopf hat. Die Frage ist auch, warum er als erstes? Warum sich alle drei Gleichzeitiges realisieren? Ja, das ist natürlich eine gute Frage, weil der Plato ist vielleicht ein bisschen schlauer als die anderen beiden. Okay, ich gebe euch jetzt einen Tipp. Versucht es mal mit einem Widerspruchsbeweis. Weiß jemand von euch, wie das funktioniert? Ein Beweis per Widerspruch? Was macht man da da am Anfang? Aus Sicht von Plato? Angenommen. Genau, was nehmen wir denn an? Was nimmt Plato an? Angenommen, Plato hätte keine Kacke auf dem Kopf. Genau. Versetzt euch mal in Plato rein. Angenommen, er hätte keine Kacke auf dem Kopf. Und er sieht jetzt, dass Aristoteles und Sokrates lachen. Was müsste dann passieren in der logischen Folge? So, Marv, jetzt darfst du mitmachen. Okay. Also angenommen, er hätte keine Kacke auf dem Kopf. Dann sieht er die anderen beiden lachen. Was müsste dann passieren? Als logische Konsequenz. Dann hätten nur Aristoteles und Sokrates Kacke auf dem Kopf und die beiden lachen sich gegenseitig aus. Ich sehe den Widerspruch noch nicht. Genau. Die lachen sich gegenseitig aus. Was müsste dann passieren? Jetzt? Die müssten aufhören zu lachen. Warum, Linda? Warum müssten beide aufhören zu lachen? Warum würden sie merken, dass sie Kacke auf dem Kopf haben und aufhören zu lachen? Weil Plato keine hat. Genau. Aus Sicht von Aristoteles wäre es ja dann so. Genau, weil sie über sich gegenseitig lachen. Also angenommen, Plato hat keine Kacke auf dem Kopf. Dann lacht Aristoteles über Sokrates und Sokrates über Aristoteles. Jetzt aus Sicht von Aristoteles sieht er ja Sokrates lachen und Plato hat keine Kacke auf dem Kopf. Also muss ja der andere über ihn lachen. Sokrates muss über ihn lachen, weil Plato hat nichts auf dem Kopf. Also hat Aristoteles was auf dem Kopf. Eigentlich müsste Aristoteles aufhören zu lachen. Wenn Plato nichts auf dem Kopf hat, müsste Aristoteles checken, dass Sokrates über ihn lacht und aufhören zu lachen. Genauso Sokrates, ne? Die anderen beiden hören aber nicht auf zu lachen. Warum nicht? Weil Plato Kacke auf dem Kopf hat und Aristoteles natürlich denkt, Sokrates lacht über Plato. Ihr seid so gut. Und das ist ein schönes Beispiel für, wie so ein Widerspruchsbeweis funktioniert. Wir nehmen mal an, es wäre nicht so, schauen, was sich ergibt und dann merkt man, das führt zu einem Widerspruch. Falls ihr Fragen habt oder es unklar ist, raus damit. Wir sind ja hier unter uns. Phil, ja genau, könnte man jetzt eine Weißabelle machen. Na schön, ja genau, könnte man eine Weißabelle machen, ne? Könnte man reinschreiben, wer alles Kacke auf dem Kopf hat und wer alles lacht. Und dann sieht man sozusagen, welche Varianten dazu führen könnten, dass alle drei lachen, ne? Sollen wir sowas öfter machen, so Logikrätsel? Was meint ihr? Habt ihr Lust drauf, sowas ab und zu mal zu machen? Ja, Linus Chaos Queen, okay. Wieê? Wel nós tr involvemüt' die Weißabelle? Wie ist das Bild? Ich bin SIESSEL? Das Bild. Aber wir machen Zahlen.